Die PS5 Pro ist da und ich musste natürlich nachgucken, wie gut läuft denn Gran Turismo 7. Bei Gran Turismo 7 ist es leider so, aktuell ist noch kein Patch für die Pro erschienen. Aber es gibt schon allerlei Berichte im Internet, die besagen, hey, es sieht trotzdem besser aus. Da gucken wir mal rein. Denn hier auf meinem Fernseher, da kann ich auf 120 Hertz gehen. Und das ist aktiviert, 120 Hertz Ausgabe ist ein. Raytracing und Auflösung ist priorisiert. Und ja, das sind ja schon mal die besten Voraussetzungen, damit das besser aussieht. Also gehen wir mal kurz in ein Rennen und schauen mal nach. Jetzt sind wir an der Strecke und wir können gleich mal checken, was die PlayStation 5 Pro dazu sagt zu diesem Bild. Wir gucken mal in Bildschirm und Video. Und hier heißt es, okay, wir haben 4K-Auflösung, noch kein 8K, der Patch ist ja nicht da, mit VRR, 48 bis 120 Hertz. Und wenn wir das am Fernseher mal kurz checken, was der dazu sagt. Der sagt auch 4K-Auflösung bei um die 100 Hertz, bisschen drunter, bisschen drüber. Das ist die aktuell wirklich anliegende Hertzzahl, die gerade ausgegeben wird. Und wenn ich jetzt ins Rennen gehe, dann sieht das ja wirklich richtig gut aus. Und es läuft auch super flüssig. Größtenteils mit 120 Hertz, teilweise ein bisschen darunter. Man hat auf jeden Fall den Eindruck, jawohl, es wurde hier zwar nichts gepatcht, aber Gran Turismo 7 ist mal ein gutes Stück besser geworden, optisch. Und läuft auch besser. Und jetzt kommt's. Das stimmt euch gar nicht. Denn es ist so, die 120 Hertz, die gab es vorher schon. Und grafisch hat sich gar nichts getan. Ich habe mehrfach Vergleichsbilder gemacht. Und immer gecheckt auf der bisherigen Standard-PS5 und mit der PS5 Pro und eben derselben Gran Turismo-Version. Die Optik ist exakt dieselbe. Man hat exakt dieselben Pixelkanten. Man hat exakt dieselben Details. Und es ist genauso scharf. Mich wundert es ein bisschen, ehrlich gesagt, weil früher kann ich mich erinnern, dass Gran Turismo tatsächlich ein bisschen unschärfer war bei 120 Hertz. Das ist jetzt nicht mehr so. Also selbst auf der normalen PS5 läuft Gran Turismo 7 mit den 120 Hertz extrem gut. Und genauso wundert es mich, dass überall im Netz behauptet wird, oh, Gran Turismo 7 läuft jetzt besser mit 4K 120 Hertz. Allerdings war das halt schon auf der Standard-PS5 so. Es gibt aber trotzdem einen Punkt, wo die Pro ein bisschen besser ist. Und zwar ist das bei der Bildrate. Das schwankt je nach Spielsituation, aber auf der PS5 Pro haben wir nahezu durchweg 120 Hertz. Vielleicht ein wenig drunter. Man sieht das hier. Wir haben hier stabil 120, vielleicht mal 110. Und ja, es läuft einfach butterweich. Aber jetzt kommt halt der große Witz an der ganzen Geschichte, dass alles hier, das ist auf der normalen PS5 auch so. Nur mit dem Unterschied, dass es da mit 10 bis 15 FPS weniger läuft. Das heißt, wenn wir jetzt hier 110, 120 Hertz haben auf der Pro, dann haben wir auf der Standard-PS5 so um die 90, vielleicht bis 100 Hertz. Aber nichts, was wirklich auffällt. Und wenn wir jetzt die beiden Versionen nebeneinander stellen, dann sehe ich da keinen Unterschied. Der Unterschied wird erst kommen, wenn der Patch kommt, der PS5 Pro Patch für Gran Turismo 7. Denn dann kriegen wir auch das versprochene 8K. Und wir kriegen auch das Raytracing, das innerhalb vom Spiel dann sichtbar sein soll. Denn es ist aktuell so, in Game gibt es ja kein Raytracing. Und interessanterweise gibt es auch kein Raytracing im Replay, wenn ich die 120 Hertz fahre. Und das ist komisch, weil eigentlich ist es so eingestellt, dass im Replay Raytracing zugeschaltet ist. Aber wenn der 120 Hertz Modus angeschaltet ist, dann gibt es kein Raytracing. Interessant auch, dass die Bildrate im Replay dezent runterbricht. Da haben wir keine stabilen 120 Hertz mehr. Teilweise geht die Bildrate hier auf 60 und sogar darunter. Durchschnittlich vielleicht auf 90 Hertz. So, das mal kurz um. Also, ganz wenig Verbesserung bisher. Wir warten auf den Patch. In diesem Sinne, gute Fahrt. Tschüss. Tschüss.